dieser mercedes benz b 180 ist hier zum verkauf angeboten die weiße limousine ist fünftürig und bietet platz für fünf personen der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei weniger als 21.000 kilometern die erst anmeldung war mittel 2013 die limousine besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie esp xenon scheinwerfer navigationssystem einparkhilfe bluetooth und vieles mehr unter der haube gibt der benziner eine leistung von 122 ps an ein schaltgetriebe ab der angegebene verbrauch liegt bei 6,1 litern pro 100 kilometer kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr bis zum nächsten Mal